Juhu! Juhu! Es ist Weihnachten! Hallo und herzlich Willkommen! Ja, Vorstellungsvideo vom Weihnachtservent ist es wieder Schnee hier. Wie letztes Mal habe ich da richtig viel Spaß gehabt. Ab damals konnte ich noch nicht gut aufnehmen, weil ich in der Wege war. Und dieses Jahr kann ich es euch zeigen. Ich freue mich darüber, dass endlich wieder Schnee hier ist. Und da kann man irgendwie Schnee aufsammeln. Ich muss aber kurz schauen, wie man das macht. Oder kann man das gerade hier nicht? Mit einer Tasse kann man einfach Schnee aufsammeln. Das ist richtig toll. Aber mein Ding ist gerade auch nicht hier mit dem Auto. Glaube ich einfach an's. Ich gehe jetzt mal ein bisschen raus. Zum Beispiel zum Schild hoch. Zum Beinewood-Schild. Und werde... Ja. Ich werde dir das zeigen. Es ist halt jetzt auch gerade Nacht. Es ist schlecht. Ich will nur spontan ein Video aufnehmen, das relativ kurz ist. Dann mache ich doch noch ein längeres Video. Auch die Steuerung ist recht schlecht hier auf dem Eis. Aber es ist ja richtig cool. Also... Solche Dinge mag ich einfach nicht. Ich habe 3000 Euro bekommen. Ich fahre wieder irgendwo rein. Yay. So kommt man sicher nicht hoch. So auch nicht. Aber wieso? Ahaha. Tschüss. Wunderbar. Und wie man rutscht ist das so genial. Es ist cool wie noch nie. Schneebauschlacht. Nein, ich bin ja ein Mega-Gangster. Ja, also ich freue mich einfach riesig wenn man mal in einem Spiel Schnee ist. Und... Es gibt sehr wenige Spiele die das eigentlich direkt machen. Deshalb... Da finde ich das einfach genial ist. Dass es hier geht. Ja. Geht ja online ist ja sowieso ein Game das ich relativ... Oft auch spielen möchte. Ja, ich müsste eigentlich jetzt rechts gehen. Wir gehen hier oben rechts. Ich mach alles kaputt. Ja, die Steuerung ist echt... Also... Ich könnte mal kurz das Gamepad nehmen, aber... Nein, nein. Die müssen wegen den Weihnachten nicht stoppen. Ich... Ich habe nicht gesoffen. Ich bin einfach nur ein unschuldiger Bürger. Der überhaupt noch nichts Böses gemacht hat. Nimmt die Waffe raus. Ich hoffe die folgen uns nach oben. Weil die müssen uns noch ein bisschen... Als Schutz... Ja, nein. Einfach als Abwehrmechanismus. Dran halten. Weil ich mache jetzt scheisse mit dem. Kommt. Schön locker nach oben. Ey, ihr seid so gut Bullen. So habt ihr nicht eine bessere KI. Wenn ihr so gut seid und mir das da folgt. Aber die schiessen nicht mit ähm... Zwei Sternen. Drei Sternen schiessen sind dann eigentlich immer. Da oben ist sogar ein Böser. Das ist wahrscheinlich der Weihnachtsmann. Nein, das ist einfach eine Wache, oder? Ja. Action. Wir sind in einem Actionfilm. Ich möchte gerne zur Wache gehen. Wo ist die Wache hin? Wo ist die Wache hin? Wo ist die Wache hin? Also. Ich möchte gerne... Sie abknallen? Yes. Boom! Wunderbar. Haben wir noch irgendwie eine andere Waffe? Ach, die Waffe könnte ich noch ein bisschen benutzen. Die ist auch toll. Die gehört auch zu Weihnachten. Aha, ich habe jetzt drei Sterne. Okay. Ja, da werde ich sterben. Kurz umswitchen. Auf eine Basse. Beste Waffe. Ja. Ich habe mich gesniped. Aber ich werde einfach wieder aufkreuzen und sie wieder wegschießen. Ähm, die Waffe ist es. Ihr werdet jetzt alle sterben. Alle werdet ihr sterben. Es gibt ja so ein Event, wo man durch das O von dem Weinewut durchbretten muss. Aber ja, jetzt ist niemand hier vielleicht drin. Ich hoffe es jedenfalls, dass irgendjemand hier ist. Wo ich noch ein bisschen scheiße machen kann. Und ich warte ja eigentlich auf den Tag. Also am Tag kann man da noch mehr machen. Hm, es ist wirklich niemand hier. Die, die verschwinden einfach, wenn man stirbt. Okay, gehen wir zum Schild runter. Da wollte ich ja eigentlich hin. Ähm, es hat sich eben bereit erklärt. Ich werde mir da ein bisschen helfen mit den Heists. Und ähm, der hat aber jetzt gerade noch nicht Zeit oder meldet sich gerade einfach nicht. Aber auf jeden Fall mache ich dann sicher weiter im Livestream wieder. Und ähm, ja, hier muss man irgendwie, ich glaube von hier oben durch das O, durch das Erste oder durch das Zweite? Dann gehe ich ja durch das Erste, durch Fliegen, als für ein neues Event, glaube ich, es ist neu. Aber es sieht mega cool aus, aber Schneebälle kann ich immer noch nicht nehmen. Wenn ich da A1 nichts habe, kann ich doch Schneebälle, kann ich denn Schneebälle nehmen? Also gehen wir mal runter, irgendwo ist doch immer Schnee. Jetzt muss ich nachschaffen. Ah, jetzt F. Was ist das gewesen? F. Wie viele Schneebälle kann ich jetzt werfen? Ah, jetzt sind keine mehr. Dann drückt man. G. Ah, mit G. Okay. Mit G muss ich jetzt ein paar Leute abknallen, die werden sowas von geschockt sein. Die werden einfach mal abhauen, alle. Das weiß ich, weil ich das weiß. Aber eben, es läuft nicht gerade so gut der Freps, deshalb mache ich auch keine Aufnahme mit Freps. Sondern eventuell mit OBS, wenn ich das endlich hinbringe, dass das OBS überhaupt die Videos speichert am richtigen Platz. Weil sie landen eigentlich nie im Ordner, wo ich eingestellt habe. Keine Ahnung wieso das nicht geht. Bleib du mal hier. Idiot. Du bist ein dummer Tuss. Eine blöde Frau, die nicht anhalten kann. Weil ich doch gesagt habe, ich brauche das Auto. Dann brauche ich das Auto. Eieieiei. Also nochmal, wie weiter runter gehen. So, schon 8 Minuten, 9 Minuten, schon fast. Also, ich möchte gerne... Nein! Steuert doch die Scheisse! Figur. Loser. Tot. Tot. Headshot. Ja sicher, jetzt ist sie tot. Gut. Übertreibt es mal nicht. Ja wunderbar, ich werde also sicherlich morgen, also für euch heute, ein Livestream machen über GTA Online. Und werde mal schauen, was wir noch so machen können. Also, ich wäre gerne dabei, wenn irgendwer mir ein bisschen etwas empfehlen könntet oder so. Sonst schaue ich im Internet auch mal nach. Nebenbei können wir sicher gute Sachen machen im Winter Event. Und ihr könnt mich gerne bei Social Club hinzufügen. Ihr müsst halt die PC-Version haben, wenn ihr mit mir spielen wollt. Ich bin gerne dabei. Also, wenn ihr Spaß habt, dann kommt doch bitte auch in meine Crew. Dann können wir auch Crew-Sitzungen machen. Und nicht nur geschlossene Freundes-Sitzungen. Und so weiter. Also, damit bin ich fertig hier. Dankeschön fürs Schauen. Bis demnächst. Tschüss, euer Drago. Auf Wiedersehen.